Ich werde tatsächlich als Beitrag zum Science-Video-Camp ein bisschen was erzählen. Zu Do's and Don'ts für Immobilien-Stream-Setups habe mir das Thema heute Morgen spontan überlegt. Als kleiner Disclaimer von weg, ich bin kein Lernraum-Designer, ich habe keine hochstudaktische Ausbildung genossen, alles als Autodidakt. Ich bin von Hause aus Ingenieur, wie man vorher gelesen hat, in Elektrotechnik. Das macht aber, dass ich relativ wenig Berührungsängste mit Technik habe. Und mein Credo ist dann so ein bisschen, wenn die Technik dann einmal steht für so ein Lehrveranstaltungs-Setup, dann kriegt man sozusagen das bisschen Didaktik, Pädagogik und Interaktion mit den Studierenden da auch noch geregelt. Und meistens, das war ja so ein bisschen der Range schon in meiner Session-Ankündigung, meistens eben als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin, ist mal wieder eben spannend, dass wenn man jetzt so ein Science-Video-Camp organisiert, dass da ein ganzes Stab und ein ganzes Team an Leuten im Hintergrund ist, dann doch für eine, will man vorsichtig sagen, recht überschaubare Anzahl von Teilnehmenden als Lehrperson zumindest. Ich kenne das bei uns so, wird man auch mit Monaten von Studierenden ohne Support in einen großen Raum geworfen, auch in einen Hybriden und muss das dann irgendwie alleine geregelt bekommen, aber gut. Dann ist so das, was ich immer ganz, ganz zeige, dieses hybride Format, nichts, was unbedingt Neues. Das gab es schon irgendwie in den 80ern in Kindersendungen bei Hallo Spencer, ich weiß nicht, wer das kennt. Ja, da konnte man aus dem Hallo Spencer-Studio mit so einem Videophon zu allen anderen Dorfteilnehmenden telefonieren und sich austauschen und gemeinsam im Raum und mit denen virtuell zugeschalten sprechen. Das ist genau das, was ich sozusagen jetzt als Definition unter einem hybriden Lehrveranstaltungs-Setting verstehe. So, die ersten Erfahrungen habe ich damit gesammelt, gibt es einen Blogbeitrag zu, in dem ich noch sehr, sehr am Anfang der Corona-Zeit, um die Infektionsgefahr geschlossener Räumlichkeiten zu vermeiden, mal so ein hybrides Setup mehrfach ein Semester lang von der grünen Wiese gemacht habe, wo es WLAN gab auf unserem Campus mit so einer improvisierten Flipchart an der Garagenrückwand. Das hat tatsächlich relativ gut funktioniert und wir haben dann danach einfach alle möglichen anderen Sachen gemacht, aus dem Bedarf heraus. Hybride Verteidigung gibt es auch einen Blogbeitrag zu. Dann war ich in der Zeit auch noch, das geht natürlich jetzt nicht mehr als Flying Faculty-Lehrperson in Russland unterwegs, da konnten auch ein paar Studierende nicht vor Ort sein, sodass ich von da auch sowas wie eine Aufzeichnung parallel streamen gemacht habe mit Equipment, und was ich in meinem Rucksack im Flieger mitgenommen habe, dann haben wir mal so hybride Präsentationen gemacht, zwei Räume zusammengeschaltet. Das ist auch super, super gut, um Erfahrungen zu sammeln, weil wenn irgendwas eben mal technisch nicht funktioniert, geht man einfach drei Räume weiter auf dem gleichen Flur, fix das Problem. Hier sieht man, dass es eben auch alles noch so aus, die Räume dürfen nicht mit sehr vielen Personen belegt werden, Leute tragen Masken eben so arg aus der Corona-Zeit. Und jetzt habe ich einfach ein paar Bilder aus meinem Twitter-Account, bei dem ich früher, jetzt mache ich das vielleicht eher bei Mastodon, gepostet habe. Also ziemlich viele Lehrveranstaltungen mit, der Hörsaal hat eigentlich nur einen Beamer und alles andere habe ich mitgebracht, dann ist das immer eine riesen Kabellage auf dem Tisch, wenn man flott ist und fix ist, schafft man das alles so immer in 20 Minuten aufzubauen. Meistens zeige ich noch ein Experiment mit Dokumentenkameras und habe dann hybride Übungen gemacht, auch in kleineren Seminarräumen, auch da mit Experimenten und irgendwie Köfferchen, Workshops zum Beispiel für unsere ITRE-BE-Student-Branch. Also ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, dass jedes Lehrformat, wo ich dann doch irgendwie eine längere Inputphase habe, auch wenn es natürlich zwischendurch Arbeitsphasen gibt von den Studierenden, zumindest für diese Inputphase einen Stream anzubieten oder eben eine Aufzeichnung. Und wie schon vorhin in der Diskussion der Keynote-Session angesprochen, ja, also manchmal gucken da live tatsächlich nur ein, zwei, drei Leute zu. Manchmal sind das auch ein paar mehr, aber mehr als zehn sind das bei mir ganz, ganz, ganz selten. Und ja, Elektrotechnik ist dann jetzt vielleicht auch nicht für einen so großen Kreis interessant wie jetzt meinetwegen Mathematik. Ja, und also man sieht so auf den Bildern, da wiederholen sich ein paar Sachen immer wieder, da steht ein Stativ rum, da steht mein Laptop rum, ich habe so ein Ansteck-Mikrofon, da sehe ich noch gleich was zu. Und also meine Erfahrung, schon mal die erste Erfahrung ist, ein Setup, das muss man blind aufbauen können, nachts um drei im Schlaf und muss genau wissen, wie das funktioniert und was man machen muss, wenn es mal nicht funktioniert, das erspart einem doch eine ganze Menge Ärger dann so in dem Prozess. Und das kriege ich eben alles in meinen Rucksack rein, zusammen mit einem Laptop und freue mich immer, wenn der Raum, in dem ich bin, immerhin schon einen Beamer hat. So, dann kann ich dazu noch ein paar Technik-Tipps geben. Also was man natürlich mit der Technik eigentlich erreichen möchte, ist zumindest für so wirklich hybride Lehrformate, wo Leute in, also nicht nur über einen Stream zuschauen, sondern über ein Zoom-Meeting interagieren. Und ich habe tatsächlich sehr oft ein Zoom-Meeting zu laufen und streame dann aus diesem Zoom-Meeting heraus, weil das, was vielleicht auch schon angesprochen wurde, man braucht ansonsten einen relativ guten Laptop, der das kann. So macht eben Zoom im Hintergrund das Number Crunching. Also die Schwierigkeit ist, diesen Hybriditätsgraben zu überwinden. Also Personen online, die können sich super austauschen, Personen in Präsenz, die können sich super austauschen. Aber über diesen Graben hinweg, die Diagonalen hier, das sind die schwierigen Kommunikationspfade. Und also irgendwie muss man das Audio der Zoomies in den Raum bekommen und irgendwie muss man das Audio der Roomies in den Zoom-Raum bekommen und vielleicht auch noch eine visuelle Kommunikationsmöglichkeit ermöglichen. Und die wichtigste Erkenntnis für mich ist, also Audioqualität ist erstmal wichtiger als Videoqualität. Man kann irgendwie das schönste Videobild der Welt haben, wenn man einfach nichts versteht oder es sehr anstrengend ist zuzuhören, weil die Audioqualität sehr schlecht ist, dann ist das einfach super ermüdend dazu zuzuhören. Also man muss irgendwie eine gute Audioqualität sicherstellen. Das schaffen wir mit Sicherheit nicht mit einem internen Mikrofon im Laptop. Die Webcam-Mikrofone sind meistens auch nicht viel besser. Also zumindest wenn sie ein bisschen weiter wegstehen. So ein Headset ist super, ist aber natürlich nicht so richtig was für so ein hybrides Setup, höchstens wenn man vorm Rechner sitzt. Also Einsteck-Mikrofone, die sind toll, aber die dürfen dann nicht kabelgebunden sein natürlich. Aber die nehmen den Ton eben relativ dicht am Mund auf und man hat trotzdem eine gute Bewegungsfreiheit. Das ist eigentlich das, was man haben möchte. Da muss man natürlich auch ein bisschen so auf Mikrofondisziplin achten. Also gerade wenn es mal Fragen im Raum gibt und für die Studierenden das auch okay ist, dass man sie eben dann mit auf der Aufnahme oder im Stream hört. Dann muss man ein Mikrofon haben zum Rumgeben oder ein Wurfmikrofon. Ansonsten muss man sich immer als der Person ein bisschen dazu zwingen, dann die Frage aus dem Raum nochmal wiederzugeben, sodass die dann auch in der Aufzeichnung irgendwie verständlich ist und man sich nicht im Nachgang aus der Antwort die Frage irgendwie reverse-ingenieren muss. Und zumindest wo ich das immer anderen Leuten auch für Videokonferenzen erkläre, ist, ja, schlechte Audioqualität ist eben so ein bisschen so wie in einem klassischen Präsenzmeeting schlechter Atem. Also das ist so für die Person, die den hat, ist das nicht weiter schlimm. Aber für alle anderen ist das irgendwie total nervig. Und ja, je nachdem, wie hochstehend dann die andere Person ist, traut man sie sich darauf anzusprechen oder nicht. Aber also Audioqualität ist schon ziemlich wichtig. So und das Mikrofon, was ich habe ziemlich viele probiert, was immer noch mein Favorite ist, ist dieses Holyland Lark 150. Super einfach in der Bedienung, geht an viele Computer und Handys und so ran und funktioniert einfach intuitiv, problemlos, solide, zuverlässig. Sehr einfach zu bedienen, kann ich empfehlen. So, dann können wir noch ein bisschen auf Videoqualität schauen. Da ist erstmal so, dass gutes Licht eine gute Kamera schlägt. Man kann die schönste Kamera mit dem besten Bild der Welt haben. Wenn man da irgendwie schlecht ausgeleuchtet ist, nützt das auch alles nichts. Und dann kommt noch die Perspektive dazu. Also zumindest so die großen Hörsäle bei uns, die sind schon auch mit Kameratechnik ausgestattet. Die hat aber meistens so eine sehr unnatürliche Vogelperspektive so im Raum. Dann ist die Kamera irgendwie diebstahlsicher an der Decke angebaut. Naja, also es sieht auch nicht sehr einladend aus, wenn man da dann irgendwie zuschaut, weil das ja nicht so die Perspektive ist, die man hätte. Also ich, hier die Kamera ist jetzt glaube ich eher dann in dem Fall für ein Experiment aufgebaut. Aber ich nehme dann tatsächlich eben ganz gern meine Kamera, stelle die so direkt zwischen mich und das Publikum, sodass ich so mit so einem halben Auge in die Kamera, mit einem halben Auge ins Publikum schauen kann. Dann hat man auch immer die Schwierigkeit, dass die Kamera eben auch nicht die Projektionsfläche hinter einem filmen sollte, weil die ist meistens sehr hell und dann ist man selber davor sehr dunkel und auch nicht gut zu sehen. Dann haben die viele Räume nur so Licht von der Seite. Da sieht man auch nicht gut aus. Also das ist alles so ein bisschen tricky. Die Kamera, die ich super gern benutze, ich habe auch verschiedenste ausprobiert, ist diese OBS-Bot-Kamera. Die hat in Anführungszeichen nur 1080p als Auflösung. Das reicht aber für so eine kleine Kamerakachel im Stream oder in Zoom total hin. Selbst wenn man die immer auf Vollbild schaltet, hat die immer noch ein ganz gutes Bild. Und die verfolgt einen und die kann man per Gestensteuerung so ein bisschen bedienen, ohne dass man irgendwelche Tasten auf irgendwelche Fernbedienungen drücken muss. Das ist sehr praktisch. Und hier ist zwar ein Netzteil angeschlossen, die funktioniert aber auch rein über USB, was sehr schön ist, weil man dann eben schon mal ein Kabel weniger braucht. Dann benutze ich noch super gern Dokumentenkameras. So große Trümmer wie diesen hier, die haben natürlich eine super gute Bildqualität, um irgendwelche Experimente und meine Hände und so dabei zu filmen. Und ich habe auch eine ganz Portable, die lässt sich vielleicht so auf die Größe von zwei Zigarettenschachteln ungefähr zusammenfalten und zusammenpacken, um so Experimente in der Elektrotechnik zu filmen. Finde ich super gut. Oder um irgendwelche anderen analogen Artefakte in eine Videokonferenz einzuholen. Da kann man natürlich auch mal ein Buch drunter packen oder irgendwas anderes, was man dann groß zeigen möchte im Hörsaal oder eben im Stream. Dann ist so ein Learning. Mehrere Monitore sind total nützlich, weil da kann man sich die Videokacheln drauf anschauen oder irgendwelches anderes Material. Man muss sich dann auch nicht immer umdrehen, möglicherweise, um irgendwie was zu sehen. Also das ist ein Bild von irgendeinem schön ausgestatteten Raum. Ich glaube, von irgendeiner amerikanischen Universität. Von sowas kann man in den meisten Fällen hier nur träumen. Aber irgendwie so ein zweiter, dritter Bildschirm auf dem Presenter-Desk wäre schon nicht verkehrt in den meisten Fällen. Und Kameras und Monitore kann man immer problemlos in so ein Videokonferenz-Stream-Setup hinzufügen. Bei Mikrofonen und Lautsprechern ist, das muss das eben immer alles über einen PC laufen, um Rückkopplungen zu vermeiden. So, dann kann man noch kurz diskutieren, was ist denn vielleicht nicht so geeignet? Also so Smartboards mag ich überhaupt nicht, weil meistens steht man dann doch irgendwie vom Bild schwierig davor, irgendwie eine Kamera zu positionieren. Also ich habe immer gern so Zeichentablets. Die kann man auch ins Publikum geben. Dann können die Studierenden auch was auf die Tafel schreiben. Und Handmikrofone finde ich auch eher unpraktisch. Ich nehme eben so Ansteckmikrofone. Die kann man in den Tafelschwamm packen und im Raum rumwerfen als Wurfmikrofon. Und dann habe ich eben, das ist das Köfferchen, in dem ein Mikrofon ist. Das ist die Kamera. Das ist das Kabel für die Kamera. Das sind die Kabel für die Mikrofone. Das habe ich alles in so einem Pedicase. Sehr sicher und sehr transportabel dabei. Gibt es auch einen kleinen Blogartikel zu. Und dann gibt, ja, also dann ist eben immer noch so dieser Struggle. Man braucht eben Zeit, um das irgendwie alles aufzubauen. Ja, also hier gibt es so einen schönen Tweet, der das ganz gut zusammenfasst. Also früher ist man mal einfach in den Raum gegangen, hat seine Notizen gepackt, hat angefangen zu sprechen und jetzt lockt man sich in irgendwelche Systeme ein und macht eben eine ganze Menge Sachen, bevor es dann tatsächlich irgendwie losgeht. Ja, und das habe ich auch mal verarbeitet, auch in einem Blogartikel, eine Technikaufbau- und Testcheckliste für hybride Lehrveranstaltungen. Eigentlich mehr so als Memo, als Notiz an mich selbst, aber dann eben auch so mit der Community geteilt. So, und jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, wie geht es jetzt weiter damit? Also ich sehe trotz allem, trotz aller Herausforderungen, die das so mit sich bringt, eben auch eine ganze Menge Chancen und Vorteile, die vorhin sicherlich auch schon angeklungen sind. Ja, man kann so super flexibel, schöner Kooperationsstudiengänge planen, internationale Summer Schools. Leute können sich ja dann immer noch vor Ort in der Gruppe treffen. Das heißt ja nicht, dass jeder dann die ganze Zeit irgendwie vor einer Videokonferenz hocken muss, sondern man kann sich ja immer noch in Präsenz treffen, aber als Gruppe wählt man sich zum Beispiel gemeinsam in eine Videokonferenz rein. Man kann viel bessere heterogene Zielgruppen erreichen, man kann externe Expertinnen einbinden und auch irgendwie außeruniversitäre Lernorte nutzen. Und ich finde es auch immer mal ganz interessant, eine eigene Aufzeichnung von mir, mir anzuschauen, um mir zu überlegen, was könnte ich da noch hier und da besser machen. Es ist und bleibt eben, also zumindest wenn man kein Team hat, sehr herausfordernd. Ja, man muss ziemlich viel Multitasking machen. Man muss sich eben auch irgendwie blind auf seine Technik verlassen können, dass sie dann funktioniert und die eben sehr blind und intuitiv bedienen können. Dann möchte ich hier noch ein, aus meiner Sicht sehr gelungenes Beispiel für hochschulübergreifende Zusammenarbeit featuren. Eine Person aus dem Zentrum für Hochschuldidaktik und Qualität der Lehre oder so. Der FH Aachen hat sich mal alle meine Tipps, die ich irgendwann mal getwittert habe, zusammengenommen und da einen Blogartikel draus gestrickt, den ich immer wieder gern empfehle. Und ich habe auch mal, ist jetzt auch irgendwie schon wieder eineinhalb Jahre her, ist mir dann mal so aufgefallen, mal einen längeren Artikel darüber geschrieben, ja, warum das irgendwie eigentlich immer noch nicht so richtig fliegt, die Kuh mit der Hybridlehre und den Aufzeichnungen und parallelen Streams und was man eigentlich noch daran ändern müsste. Und ein Teil dessen ist mit Sicherheit dieser ganze Struggle beim Aufbau. Ja, nichtsdestotrotz gibt es eben viele Lehrpersonen, die sagen, ja, hier an dieser Sitzung, da muss ich aber schon irgendwie hybrid teilnehmen können, weil schließlich bin ich auf Dienstreise und dann eben zwei Sätze später sagen, ja, aber meine Lehrveranstaltungen, die mache ich aber nur in Präsenz. Und wenn die Studis da keine Zeit haben, dann haben sie leider Pech gehabt, ja. Und irgendwie, also mit dieser Motivierung Motivation hier oben würde ich auch gerne weitere Lehrpersonen irgendwie nochmal motivieren und mitnehmen, bei sowas mitzumachen. Vielleicht eben nicht nur unbedingt in Lehrveranstaltungen, sondern wie auch schon in der kurzen Vorstellungsrunde angesprochen, für sowas wie wissenschaftliche Konferenzen, Weiterbildungsformate. Da hat sich das, glaube ich, auch schon fast ein bisschen mehr etabliert, als jetzt so rein in der Lehre. So, damit bin ich mit meinem Input-Teil am Ende und würde mich freuen, wenn wir jetzt noch ein paar weitere offene Fragen diskutieren könnten. Dankeschön. 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 Dankeschön.